Die Golf Charlie 01, einen wunderschönen guten Tag. Wie gesagt, hier ist die 13, Oskar Delta 157, südlich von Hannover im Oberharz. 5 und 7 von deiner Seite. Reutscher. Alles klar, doch, ja, alles klar. Jetzt ein bisschen, das ist runter, das ist runter und runter und dann komm schon wieder an mit 9,20 Grad 5. Kein Problem, doch, hier im Vorarlberg der Burgensee, im Regenste. Reutscherli, 35 Golf Charlie 01, wie gesagt, hier sind wir die 13, Oskar Delta 157, der Operator Carsten. Ich bin hier circa 80 Kilometer südlich von Hannover im Oberharz. Reutscher, von deiner Seite im letzten Durchgang 5,759. Okay, da, ja, weiß ich, Carsten, da, kein Problem, da. Ja, ein bisschen harte Modulation bringst du mit, da, aber sonst klappst du, ja. Der Marsch, da, die Delta, hier hat 5000, da, und das Mikrofon ist schon da, 3 Meter, und, ja. Wie gesagt, Antronanalyze, ich so eine Zeit, da, ja. Ja, ja, ich bin ein bisschen am Deschen, da, Mikrofon und, 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 und. Ein bisschen am Basteln, da, Carsten, Roger. Reutscherli, 35 Golf Charlie 01, wie war noch mal dein Operator? Ja, ja, mein Gerät ist hier die Alinko DX77 Eco, 100 Whisky und eine Serio 827, 6 Meter über Grund. Mike, zu dir nach Österreich. Ah, der Name ist Christa, Chris, Roger. Christian, Christian, war das richtig? Ja, richtig, richtig, der Carsten. Reutscherli, klappt da 100% von deiner Seite, 5,759 hier. Super, Modulation, schön laut, schön kräftig und ein schönes Signal hier im Oberharz. Reutscher? Alles klar, da, ja, ja, ich bin da gelten, hier oben, da, hier und wieder, da, und, ja. Hallo, bitte, bitte, bitte. Ich war dreckig, du musst wieder mal, du musst wieder mal einschalten, da, das Mikrofon, da. Ja, ja, das war besonders lange, da. Und, man, echt, ich muss mal ausprobieren, ob das sieht, ob das funktioniert, da, auf USB, da. Ja, dann klappt das sehr, sehr gut, da, Karten, Roger. Alles klar, Christian, die Frequenz ist langsam überfüllt hier, aus allen Ecken von Deutschland wird gerufen. Ich wünsche dir den, äh, noch einen schönen Sonntag, 35 auf Charlie 01, hier war die 13, Oscar Delta 157, der Carsten aus dem Oberharz. Christian, zu dir noch einen schönen Sonntag und, äh, viel Spaß beim gemeinsamen Hobby. Bye, bye. Sehr gut, alles gut, anstar Italka 73. Ja. Ja. Ja.